Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Schön, dass du hergefunden hast und heute reden wir über eine weitere Trainerentlassung in der ersten deutschen Bundesliga. Ja, es ist anscheinend der Trend jetzt, dass man seine Trainer wieder entlässt, nachdem Schalke Fiasko am Wochenende mit Kroos scheint es auch so, als ob es momentan bei Arminia Bielefeld ziemlich rund geht. Denn Uwe Neuhaus, der aktuelle Trainer oder ehemalige Trainer, wurde laut vielen Medienberichten und vielleicht jetzt schon auch offiziell, momentan, 5 zu 0 Stand, gibt es noch keine offizielle Verlautbarung von Arminia Bielefeld, aber aller Wahrscheinlichkeit nach verlassen. Und es kommt natürlich auch sehr plötzlich, denn Bielefeld, ja, ist jetzt sicher nicht die Übermannschaft in der Bundesliga gerade aufgestiegen. Man sollte jetzt auch nicht zu hohe Erwartungen haben, aber gehen wir doch mal kurz in die Situation rein. Viel Spaß. Kurz zu Uwe Neuhaus, für die, die ihn noch nicht wirklich so gut kennen, hier eine kleine Übersicht über seine Zeit bei Bielefeld, also übernahm den Verein 2018 in der zweiten Bundesliga, stabilizierte den Verein dann wirklich sehr, sehr gut und konnte dann sogar 2019, 2020 die zweite deutsche Bundesliga gewinnen und schaffte damit den direkten Aufstieg in die erste deutsche Bundesliga. Momentan sind die Bielefelder auf dem 16. Platz, also auf dem Relegationsplatz mit 18 Punkten, gleich viel wie die Hertha aus 22 Spielen, habe aber auch noch ein Spiel weniger. Das heißt, sie können mit einem Sieg auf den 15. Tabellenplatz, also auch auf den Nicht-Abstiegsplatz landen. Ja, die Entscheidung dieser Entlassung kommt etwas plötzlich. Natürlich ist Bielefeld sicher nicht mit den besten Ergebnissen gesenkt, aber wir dürfen nicht vergessen, vor ein paar Tagen oder haben sie ja gegen Bayern ja auch ein 3 zu 3 in München geholt. Ein tolles Spiel, toller Kampf und generell, die Arminia ist ja sehr bekannt diese Saison, dass sie sich wirklich reinhängen in die Spiele. Sie ja nicht mit der spielerischen Überqualität, aber sie kompensieren es immer sehr, sehr gut durchs Kämpferische und es gibt ja weitaus schlechtere Mannschaften momentan in der Bundesliga. Zumindest gibt es ja Schalke, die momentan ja wirklich sehr, sehr schlecht sind, Arminia Bielefeld, finde ich zumindest, sind aufgrund ihrer Möglichkeiten dort, wo sie sein sollten, nämlich um den Relegationsplatz herum. Und mit etwas Glück könnten sie es auch noch entweder erreichen oder sogar den Nicht-Abstiegsplatz bekommen. Aber ich finde diese Entscheidung sehr, sehr überhastet, weil Uwe Neuhaus jetzt seit zwei Jahren im Klub ist, kennt den Verein, hat ihn in die Bundesliga geführt. Und die Erwartungshaltung sollte da wirklich nicht so hoch sein, denn was hat man sich erwartet erst, dass es so einmal Champions League oder was. Aber natürlich Abstiegskampf vermeiden ist immer das große Ziel als Aufstiegskandidat oder als Aufsteiger. Aber Bielefeld hat nicht die riesigen Ressourcen, die Spieler sind, wenn man sich jetzt individuell anschaut, jetzt auch nicht Überspieler, alle sind eher zweite Bundesligaspieler gewesen mit ein paar Ausnahmen natürlich. Aber grundsätzlich finde ich, dass Bielefeld momentan genau dort ist, wo sie sein sollten vom Spielerischen her. Da würde mich jetzt eure Meinung interessieren. Was glaubt ihr, war diese Entscheidung überhastet? Hätte Neuhaus die Saison noch beenden sollen? Weil natürlich das jetzt mitten in der Saison, mitten in einer schwierigen Phase, Bielefeld mitten im Abstiegskampf und jetzt brauchen sie die wichtigen Punkte. Und da würde mich gerne eure Meinung dazu interessieren, was ihr davon hältst und ob die Amina sich damit selber auch ein wenig sabotiert. Falls euch dieses Video gefallen hat, könnt ihr natürlich gerne einen Like da lassen, den Kanal abonnieren für mehr Content und ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Video sehen. Bis bald, ciao. Tschüss.